Abdruckmaterialien dienen in der Zahnmedizin der Abformung ihrer Zähne. Die Abformung wird später mit Gips ausgegossen. Somit erhält der Techniker ein Gipsmodell, welches ihrem Gebiss entspricht. Auf diesen Gipsmodellen fertigt der Techniker den gewünschten Zahnersatz an. Die Anforderungen an Abdruckmaterialien sind gute Fließfähigkeit und Feuchtigkeitsverträglichkeit. Dadurch erhält man genaue Grenzen der abzuformenden Strukturen. Genaue Grenzen sind wichtig, damit der Zahnersatz auch genau passt. Weiters sollte das Material ab einem bestimmten Zeitpunkt schnell aushärten. Die Verarbeitungszeit selbst sollte dennoch lange genug sein. Die meisten Materialien bestehen aus zwei Komponenten, die unmittelbar vor der Verarbeitung angemischt werden und dann zu härten beginnen. Früher und teilweise auch heute noch, aufgrund von Kostengründen, verwendete man selbst anmischbare Materialien. Hier sehen Sie Alginatpulver, welches mit Wasser aktiviert wird. Die genauen Konzentrationen werden dabei nie richtig eingehalten. Dadurch kann es zu einem Verzug des Abdrucks kommen. Ein undichter Zahnersatz ist dann die Folge. Sie sehen einen gerissenen Zahn mit einer Krone. Der dunkle Fleck am Kronenrand ist Karies. Bei starker Vergrößerung erkennt man deutlich den schwarzen Randspalt zwischen Zahn, Creme Beige und Kronenrand, metallisch blau. Die Krone saß nicht ganz auf. Bakterien konnten sich niederlassen und es kam zur Bildung von Karies. Eine gute Abdruckqualität liefern vorgefertigte Kartuschen. Der Materialverbrauch ist zwar größer, dafür werden die Komponenten zu genau definierten Verhältnissen vermengt. Der Techniker erhält dadurch genaue Abdrücke und sie einen dichten, also gut passenden Zahnersatz. Aber nicht nur richtiges Anrühren und Verarbeiten der Materialien ist für die Qualität des Zahnersatzes entscheidend. Auch die Verweildauer im Mund, die Verpackung des Abdrucks und der Transport zum Techniker selbst sollte nach den Zeitangaben des Herstellers erfolgen. Denn nur so wird ein Verziehen der Abdruckmasse verhindert. Lange Transportwege zum Techniker, zum Beispiel nach China, sind schwer mit gut passenden Arbeiten vereinbar. Mehr zu diesem Thema sehen Sie auch in den Videos Abdruck, Abbindezeit und Abdrucklöffel.